Hallihallo allerseits, begutachtet diesen wunderbaren Mond, solange wie er noch weiß ist. Wer weiß, der nächste Blutmond kommt bestimmt. Ja, in diesem Sinne heiße ich euch alle herzlich willkommen in der heutigen Folge. So, wir hatten unten im Keller so einiges ausgebaut, dann kam irgendwie wieder so ein kreischender Typi anrennen, da kann ich mich noch vage dran erinnern. Ich muss mal gucken, wie weit wir hier eigentlich gekommen waren. Da hatten wir, da hatten wir, hier fehlt noch ein bisschen was. Ach, da war noch der Lüftungskanal da ist. So, zack, lass ihn einmal weg. So, ich glaube, das sieht dann schon mal ganz gut aus, ne? Da hätten wir so, oh hier, da können wir noch zumachen. So. Da ist natürlich auch so eine Schwachstätte, ne? Wenn man ganz edlig sein soll. Dadurch hätten sie eigentlich relativ schnell hier reinkommen können. So, können wir noch ein paar Steinblöcke hier stellen. Also, da ist es so, dass wir schon mal. So. 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 So, fast fertig hier unten, wa? Da haben wir die Decke gut ausgebessert. Der Tag erwacht. Och, ist das schön. So, ich glaub, das war's. Das sieht gut aus. Den Rest machen wir von draußen. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Eisenstangen. Da können wir eigentlich noch mal ein paar von herstellen. Die brauchen wir so oder so einige. Also fertig hier auch direkt mal die zwölf. Jetzt schmelzen wir uns noch ein bisschen Eisen ein, wa? Da kommen wir gleich noch ein bisschen Brennstoff hier drauf. So. Dann haben wir gleich noch mal 30 Stück, wa? Dann können wir hier auch gleich noch mal ordentlich Pflastersteine durchballern. 150, auf jeden Fall schon mal wieder. So. Jetzt. Ich weiß gar nicht, habe ich den von dieser Seite gesetzt? Ja. Den hatte ich aber, glaub ich, von der anderen Seite gesetzt, ne? Mhm. Okay, da können wir keinen mehr, da können wir dann nur von der Seite. Egal, dann packen wir den da von der Seite rein. So. Zack. So, oder? So. So. So sieht schön aus. So, und dann nehme ich noch zwei von da. Da ist unser zusätzlicher Verteidigungskäfig hier auch fertig. So. So. Guck. Ich glaube, da kommen sie so schnell nicht durch. Ich muss mir das hier so angucken. Guck. Kleines Bildchen mal einfach machen, ne? Ist ja nie weg hier. Äh, so. Eigentlich könnten wir dann auch direkt draußen weitermachen, ne? Oder, ja, erstmal noch schnell einen Hoppen essen und was trinken. Jetzt benutzen wir da mal eine von. Hauen wir uns hier, Max, nein, jo. Hauen wir uns hier ein paar Eier eben rein. Ach, für die Betonmischung können wir uns noch ein paar hier Teile da machen. Ach, Quatsch, wir sind ja gar nicht da. Ja, dann müssen wir hier ein Teile mal aufhören hier. Stahlgerüst. Guck. 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 Eier. Okay. Oh, mach ich jetzt mal... Nee, mach das anders. Mal hier. Mach jetzt mal diese Pfeiler hier. Das habe ich ja grandios so um in die Lampe gehauen, ey. Wie auch muss ich denn da? So müsste es gehen, ne? So müsste es gehen. So müsste es gehen. Hä, ist da schon die Höhe? Glaub nicht, aber egal. Mach jetzt erstmal so. Die doch fertig schon mal. Nee, drei guckt ja so in Höhe, wollte ich grad sagen. Hm. 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 Sehr schön. Das war der erste Schritt. Jetzt gehen wir natürlich hier wieder weg. Jetzt gehen wir wieder weg. Jetzt gehen wir wieder weg. Jetzt gehen wir wieder weg. Dann könnten wir jetzt... Wie viele haben wir jetzt noch hier? Steinplattenblock. 30 Stück schon mal. So, dann könnten wir hier, glaube ich, so ein bisschen anfangen. So, dann können wir... Wenn wir jetzt auf der anderen Seite zwei reinmachen, müssten wir hier auch zwei reinmachen. Zack, dann machen wir auf jeden Fall ein hoch. Dann, jetzt schon einer dran, habe ich den hier dran gehauen. Okay. 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 Ach, Quatsch. Moment mal. Jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Fehler gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht, neun... Ja, geht so nicht. Da ist ein, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und da hätte ich theoretisch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ach, ne, ist doch richtig. Und hier wäre der vierzehnte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ja. Dann passt's. Vierundzwanzig Stück. So. Unsere Baustelle kommt voran, wa? Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.